Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nichter Weisheit, letzter Schluss. Heute geht es darum, wie ihr Debian 11 absichern könnt, das Ganze mit SSH-Guard. Keiner Spoiler vorab, in Debian 11 ist es nicht vorhanden und was ihr dagegen tun könnt, erfahrt ihr in diesem Video. Dann erstmal ein bisschen über mich, meine typische Selbstbeweihräucherungsseite. Ich bin der Hauptentwickler vom Softwareverteilungssystem M23, organisiere die Kilo Open Source und Linux Tage, bin auch Dienstleister zu M23, zu freier Software und Linux im Allgemeinen, mache Softwareentwicklung, Administration, Schulung, Support, Beratung, letztendlich quasi alles, was irgendwie mit Linux zu tun hat. Und warum ich dieses Video gemacht habe? Ganz einfach, denn demnächst muss ich ein paar Server migrieren, auf denen derzeit Debian 10 läuft und die werde ich auf Debian 11 aktualisieren. Und da habe ich schon mal ein bisschen geguckt, was mich da so grob erwartet und da bin ich eben darauf gestoßen, dass mein SSH-Guard, was ich immer sehr gerne installiere, unter Debian 11 nicht mehr als Paket verfügbar ist. Aber bevor wir jetzt zu den Details kommen, was macht eigentlich dieses SSH-Guard? SSH-Guard ist quasi so wie so eine dynamische Firewall und blockt IP-Adressen von Angreifern. SSH-Guard überprüft verschiedene Logdateien, die werden ausgewertet und wenn da irgendwelche Auffälligkeiten sind, irgendwelche Zugriffe von IP-Adressen, die scheitern, zum Beispiel durch Probieren von Passworten bei OpenSSH, Mail- oder FTP-Servern, dann werden diese IP-Adressen für eine gewisse Zeit einfach geblockt. SSH-Guard verwendet das, was unter dem jeweiligen System halt vorhanden ist. Also es gibt es halt nicht nur für Linux, es gibt es auch für BSD zum Beispiel. Aber unter Linux wird halt IP-Tables oder dieses Firewall-D verwendet. Und ja, die traurige Nachricht, die ich ja schon jetzt ein paar Mal erwähnt habe, dass Debian 11, was am 14.08.2021 erschienen ist, enthält leider kein SSH-Guard-Paket mehr. So, dann, weil ich darauf gleich noch ein bisschen eingehen werde, in meinen Skripten werde ich meine Dodger-Tools verwenden und insbesondere dieses eine Programm Local-APT. Was sind diese Dodger-Tools? Das ist letztendlich eine Sammlung von Paketen und Skripten, die ich über die Jahre mal erstellt habe und wo ich meine, das kann euch helfen als Debian-Linux-Nutzer oder eben auch für Administratoren kann das ganz praktisch sein. Das, was wir heute brauchen werden, ist Pakete und Quelltexte von anderen Distributionen herunterladen, wobei sich andere Distributionen auf einen anderen Zweig oder eine andere Versionsnummer von Debian bezieht und nicht eben für Doro oder sonst was. Also wir bleiben auf der Debian-Schiene, aber wir holen uns Pakete aus einem anderen Zweig, nachher genauer aus dem Unstable-Zweig. Ja, was kann man machen, damit man jetzt wieder so ein SSH-Guard-Paket hat? Wir sind im Open-Source-Bereich, es gibt keinen Hersteller, der uns sagen kann, nee, ihr kriegt den Quelltext nicht. Wir haben die Quelltexte und wir bauen damit ein eigenes SSH-Guard-Paket für Debian-11. Als Basis nehmen wir das quasi Gerüst, also Metadaten aus Debian-Unstable. Unstable heißt auch SID und dort steht in diesen Metadaten drin, wie das Paket heißt, welche Konfigurations-Skripte es enthält, welche Skripte nach der Installation laufen, vor dem Entfernen und vieles weitere mehr. Das nehmen wir als Gerüst, das ist okay, so wie es ist. Funktioniert, habe ich ausprobiert. Und wir nehmen allerdings den Quelltext von der aktuellen Version von 2.4.2 und bauen den damit dazu. Also das importieren wir, quasi kopieren das dazu. Und daraus bauen wir uns ein Paket über ein Skript, was ich vorbereitet habe. Und dann könnt ihr hinterher das Paket, was daraus entstanden ist, mit dpkg-i, SSH-Guard und ja, je nachdem, wie das Paket heißt, einfach installieren. Und damit sind wir letztendlich auch durch. So, was steht jetzt eigentlich in diesem obskuren Skript, was hier oben so rumblinkt? Gucken wir uns das Ganze einfach mal im Texteditor an. Ja, wie ich schon sagte, werden hier die Dodger-Tools installiert, damit das überhaupt funktioniert mit dem Import von signierten Paketquellen. Meine Paketquellen sind signiert. Installieren wir erstmal hier ein paar Pakete, die man einfach braucht, die apt braucht, um diese Signatur zu überprüfen. apt install, installiert die Pakete, die hier hinten stehen. Und das minus y, das sagt einfach, jetzt installieren ohne Rückfrage. Dann habe ich hier meine Paketquelle, wo meine Debian-Pakete plus Index-Dateien und ein paar weitere Informationen drin liegen und die werden hier reingeschrieben. Also diese ganze Information hier wird in die Datei geschrieben und dann kann apt das Ganze auswerten und ja, die Pakete von diesem Repository einfach installieren, von dieser Paketquelle. Und damit das Ganze auch gesichert ist, sind meine Pakete signiert mit einem eigenen Schlüssel und der öffentliche Schlüssel, der ist, wie der Name auch sagt, öffentlich, den braucht ihr, um das Ganze zu überprüfen oder vielmehr apt übernimmt für euch die Arbeit und überprüft, ob die Signatur in Ordnung ist. Aber dieser öffentliche Teil von meinem GPG-Schlüssel, der wird hier einfach importiert. Also das wird ausgegeben mit Echo und gleich über das Pipe-Zeichen an apt-key und add weitergegeben. Und dieses Minus hier am Ende, das bedeutet, das was dort vorher per Echo reingekommen ist, das wird dann einfach als Eingabe wieder gelesen und letztendlich darüber geschieht der Import. Nachdem wir jetzt den Schlüssel und unsere Paketquellenliste oben angegeben haben, holen wir uns die Informationen über die jetzt neuen Pakete, also da sind jetzt ja welche dazugekommen, also müssen wir einmal diesen lokalen apt-Paketindex einmal aktualisieren und dann holen wir uns einmal dieses Local-apt, was ich schon erwähnt hatte, und Build Essential. Build Essential ist so ein Metapaket, da sind alle, ja, nee, nicht alle, aber viele Pakete mit bei, die zum Kompilieren von Software einfach gebraucht werden. Da ist dieser GCC mit bei, also dieser C-Compiler mit bei, ein paar Bibliotheken und das ist quasi so ein Grundstock, was man so braucht. Selbe Spiel wiederum hier mit apt-get dieses Mal, install, minus, minus, yes, und dann wird das Ganze einfach installiert, diese Pakete inklusive Abhängigkeiten. Ich habe jetzt spontan nochmal was geändert, in diesem Bereich hier. Ich lege jetzt einmal ein Projektverzeichnis an, was ich SSH-Gart nenne und dann wechseln wir auch gleich da rein. Als nächstes legen wir eine Paketquellen-Listen-Datei an für Debian Unstable bzw. SID und schreiben das Ganze in die Sources-List, wobei diese Sources-List in diesem Verzeichnis liegt und nicht unter etc-apt-sources-List, sondern lokal hier drin. Wichtig dabei ist, dass wir auch die Paketquellen für die Quelltext-Pakete, gekennzeichnet durch dieses minus-src, mit einbinden. Ansonsten hätten wir ja bloß das Normale, also die Binär-Pakete, die direkt für die CPU eurer Distribution kompiliert sind. Wir wollen aber eben die Quelltexte haben und da braucht man eben das davor. Der Rest hier ist ansonsten identisch. Jetzt machen wir ein lokal-apt-update. Das ist quasi wie ein apt-update, bloß dass diese Informationen über vorhandene Pakete eben nicht in dem normalen Dateisystem unter war apt sonst irgendwas drin sind, sondern unter unserem Verzeichnis SSH-Gart in einem Unterverzeichnis. Darum brauchen wir an dieser Stelle auch keine Route-Rechte. Das kann man mit normalen Benutzerrechten machen, aber man kann darüber eben keine Pakete systemweit installieren. Und das wollen wir auch gar nicht für diesen Fall. Was wir hingegen wollen, ist das nächste Programm aus diesem local-apt-Paket nehmen und hier local-apt-source. Das lädt uns den Quelltext für SSH-Gart herunter. Das ist aber eben der Quelltext, den wir hier oben aus diesem Zweig von Debian, von Debian Unstable holen. Wird wiederum ins aktuelle Verzeichnis einfach entpackt. Und da das, was in Debian Unstable drin ist, zum Zeitpunkt, wo ich das vorher schon einmal ausprobiert habe, doch schon wieder veraltet ist, Version 2.3.1, wollen wir das Ganze vielleicht nochmal ein bisschen aktueller haben. Das SSH-Gart-Projekt selbst stellt den Quelltext in neuere Versionen, in der Version 2.4.2 zur Verfügung. Laden wir uns einfach runter, das komprimierte Archiv mit den ganzen Quelltexten, entpacken das Ganze, wechseln einmal da rein und jetzt kopieren wir diese Debian-Paket-Informationen aus diesem Debian-Verzeichnis, aus dem Paket, was wir uns aus Debian-Sit geholt haben, in dieses neue, in den neuen Quelltext 2.4.2 hinein. Jetzt kommt quasi die Holzhammer-Methode, um die Versionsinformationen anzupassen. Wir gehen in dieses Meta-Verzeichnis mit diesen Paket-Informationen und suchen uns alle Dateien raus, wo 2.3.1 drinsteht. Also die Versionsnummer von dem alten Debian-Paket, was in Debian-Sit drin ist, und ändern dort jeweils diese 2.3.1, hier Escape, damit die Punkte nicht als reguläre Ausdrücke, sondern wirklich als direkte Punkte gelten, durch die Version 2.4.2. Dann wird das textmäßig überall ausgewechselt, in allen Dateien. Und das bedeutet hier, wenn da jetzt kein Schrägstrich vorstehen würde, wäre Punkt ein Platzhalter für ein beliebiges Zeichen. Und da wir halt nicht ein beliebiges Zeichen haben wollen, sondern einen Punkt, diese exakte Versionsnummer, kommt halt der Schrägstrich vor. Nachdem wir jetzt unsere Quelltexte und auch diese Meta-Informationen an den richtigen Stellen haben und alles angepasst ist, lassen wir dieses Debian-Paket über dpkg-Build-Package, zusammengeschrieben, einmal kompilieren, dann werden diese ganzen Informationen zusammengetragen, also die kompilierten Teile werden zusammengepackt, Meta-Informationen und alles mögliche andere, und dann wird daraus ein Paket gebaut, ein Debian-Paket. Das Ganze wird nicht signiert, denn wir wollen das Ganze nicht signieren, und wir wollen das Ganze nur als Binär-Paket haben. Ansonsten würde darüber noch so ein Paket gebaut werden, was die Quelltexte enthält. Das brauchen wir letztendlich nicht. Und ich meine, das funktioniert so nicht. Da müsste man noch ein bisschen Hand anlegen. Dann haben wir hinterher unsere Debian-Pakete, also unser Debian-Paket mit dem SSH-Guard und noch ein bisschen Zeugs dazu. Und das können wir denn hinterher auch ganz normal über dpkg installieren. So, jetzt haben wir uns das hier einmal bunt im Texteditor angeguckt. Jetzt probieren wir das Ganze noch einmal direkt live auf so einem Debian-11, was ich in einer virtuellen Maschine vorbereitet habe. Ich brauche jetzt ja noch Hutrechte, damit ich Pakete installieren kann, also systemweit installieren kann. Dazu mache ich su- Gebe mein Passwort ein. So, und jetzt hole ich mir das Skript, da das mit Weget herunter und den Link, den ich in der Zwischenablage habe, den nehme ich dann da an der Stelle. So, jetzt habe ich das Skript runtergeladen. Ich gucke zur Sicherheit noch mal rein. Das ist immer gut bei Sachen, die ihr aus dem Internet runterladet. Nicht, dass ihr irgendwie böse Überraschungen erlebt. Einmal mehr gucken. Schadet nichts. Ist im Zweifelsfall eine sehr sinnvolle Sicherheitslösung. So, das sieht eigentlich so aus, wie ich es haben will. Dann gucken wir einfach mal, was passiert. Also kann ich jetzt mit Bash direkt ausführen. Und jetzt werden erst mal diese Pakete installiert, die gebraucht werden, um die Signatur von meinen eigenen Paketen zu überprüfen. Dann wurde hier der Schlüssel wohl importiert. Und jetzt wird die Paketquellenliste einmal aktualisiert. Also die globale mit meinen Dodger-Tools dabei. Das hier ist jetzt die Installation von den Build Essentials und meinem Local APT. Ja, und hier ist eben der Compiler für C und C++, GCC. Ist auch noch mit dabei. Local APT ist gerade hier. Genau. Geht alles relativ zügig. So, das hier ist das Holen von den Paketinformationen inklusive der Quelltextpakete aus dem Debian SID-Teil in mein lokales Verzeichnis. Und hier haben wir einmal das SSH-Guard, der Quelltext runtergeladen wurde, wurde auch automatisch entpackt. Dann als nächstes hier ist das SSH-Guard 242 auch entpackt worden. Und jetzt kommen wir eben zu einem Fehler. Das ist auch letztendlich das, was ich erwartet hätte. Es fehlen noch Bildabhängigkeiten. Also dieses dpkg-Bild-Package, das überprüft, ob die Pakete installiert sind, um dieses Paket richtig bauen zu können. Und hier haben wir nicht erfüllte Bauabhängigkeiten. Depp-Helper. Das installiere ich nach. Und Lex. So, nochmal. Hier wird noch ein bisschen mehr mit nachgezogen. Das ist auch ganz normal. Und in die Zwischenablage kopiere ich mir jetzt dieses mit dpkg-Bild-Package, was wir ja schon hatten in dem Skript. Das will ich nicht nochmal abtippen. Ich bin faul. Und jetzt haben wir unsere Abhängigkeiten zum Bauen von dem Paket hoffentlich da. So, nochmal anschmeißen. Genau, ich bin jetzt ja nicht mehr in diesem SSH-Guard-Verzeichnis drin, was ich als Projektverzeichnis angelegt hatte. Also muss ich da auch nochmal rein. Und dann muss ich auch nochmal in das Verzeichnis, wo SSH-Guard wirklich drin ist. So, und wenn ich jetzt nochmal das dpkg-Bild-Package mit den Parametern aufrufe, sieht das schon mal ganz anders aus. Da laufen jetzt wiederum automatisierte Skripte durch, die Dinge überprüfen, ob da alles da ist, ob die Abhängigkeiten auch nochmal da sind. Und diese ganzen einzelnen Zeilen mit GCC, da werden jetzt die Teile kompiliert. Also von dem Quelltext umgewandelt in binäre Form, so dass eure CPU das direkt ausführen kann. Das geht hier wiederum ziemlich schnell. Dann haben wir noch die Information, es sind Binärpakete, kein Quellcode enthalten. Das ist auch so, wie wir es haben wollten. Gehen wir dort in diese Verzeichnisebene. Jetzt sehen wir hier unser frisch gebautes Debian-Paket mit dem SSH-Guard für R242 und für AMD64 in meinem Fall. Und das Ganze ist ein Debian-Paket. Das installieren wir jetzt einfach dpkg- mit der linken Maustaste Doppelklick drauf. Dann funktioniert das in meiner Shell so, dass dann dieser ganze Text ausgewählt wird. Und mit der mittleren Maustaste bzw. mit dem Mausrad, wenn ich da einmal drauf drücke, füge ich das wieder ein. So, jetzt kann ich das installieren. Und dann wird auch gleich dieser SSH-Guard-Service mitgestartet und jetzt sollte das laufen. Wenn ich jetzt gucke, grebe SSH-Guard, das reicht und jetzt läuft das Ganze. Wenn ich jetzt auch noch IP-Tables nachinstalliere, kann ich auch noch gucken, was dann passiert. Meine virtuelle Maschine befindet sich in meinem Testnetzwerk hier. Also sind da eigentlich erstmal keine Angriffe zu befürchten. Aber wenn ich jetzt sage IP-Tables-L, bekomme ich dann so eine Auflistung, welche Regeln aktuell gesetzt sind. Im Moment ist eben überhaupt nichts gesetzt. Aber SSH-Guard würde im Falle von irgendwelchen Angriffen hier bei diesem Input-Chain runterschreiben, welche IP-Adresse halt gerade geblockt ist. Und im Laufe der Zeit kann sich das füllen. Wenn ihr so einen Web-Server direkt am Internet habt oder einen Mail-Server oder sonst was, dann füllt sich das und diese Regeln, die dort drinstehen, die haben eine gewisse Lebenszeit. Also wenn ihr von einer IP-Adresse so einen Angriff oder was SSH-Guard meint, was ein Angriff ist, bekommt, dann bleibt das dann nicht für alle Ewigkeiten drin. Aber diese Länge richtet sich auch nach der Häufigkeit dieser Angriffe, die von einer IP-Adresse ankommen. Wenn jetzt jemand haufenweise Passwörter für SSH durchprobiert, dann wird diese IP-Adresse halt länger gesperrt, als wenn ihr jetzt versehentlich dreimal euer falsches Passwort angegeben habt. Dann müsst ihr vielleicht eine halbe Stunde warten oder eine Viertelstunde. Aber wenn jemand so richtig bösartig drauf ist und das systematisch macht, wird er halt auch eben länger geblockt. So, das war es eigentlich prinzipiell hierbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, zu den Hintergründen, warum Debian SSH-Guard rausgenommen hat, weiß ich jetzt nicht, woran es gelegen hat. Ich habe mal kurz geguckt, habe nichts dazu gefunden, warum es weg ist. Vielleicht hat es einen Grund. Vielleicht hat der Maintainer, das vorher für Debian paketiert hat, auch irgendwie aufgegeben oder so. Ich weiß es nicht. Ansonsten, wenn ihr was dazu rausfindet, könnt ihr es in die Kommentare reinschreiben. Ja, ansonsten bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Ausprobieren, beim Nicht-Ausprobieren, beim Abonnieren nicht vergessen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020